Heute Morgen musste sich der Auerbacher Blota H. am Landgericht Zwickau verantworten. Der Vorwurf, schwerer sexueller Missbrauch an Kindern in mehreren Fällen. Dem Angeklagten würde zur Last gelegt, sein inzwischen zehnjähriges Stiefenkelkind im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 mehrfach schwer sexuell missbraucht zu haben. Dabei soll in einigen Fällen auch mit dem Finger in Körperöffnungen des Kindes eingedrungen worden sein. Das Kind, das an einer Sprachbehinderung leidet, wurde im Vorfeld zu den Taten befragt. Der Auerbacher wurde heute der Taten schuldig gesprochen. Die Gesamtfreiheitsstrafe beträgt zwei Jahre, welche zur Bewährung ausgesetzt ist. In der Urteilsbegründung wurde dem Angeklagten zugute gehalten, dass er sich geständig gezeigt hatte. Weiterhin ließen sich die Taten nicht restlos aufklären, da der Tatzeitraum schon weit zurückliege und man zum psychologischen Wohle des Kindes darauf verzichtet hatte, es noch einmal zu den Taten befragen zu müssen.